Im September war ein Teenager beim WM-Qualifikationsspiel der Niederlande gegen Montenegro kurz vor Ende aufs Feld gelaufen. Der niederländische Fußballverband hat dem 13-jährigen Jungen nun ein Stadionverbot über fünf Jahre verpasst. Beim 4 zu 0 Sieg der Elftal ergattete der junge Fan ein Selfie mit Barca-Star-Menfestepay. Dafür muss der Selfie-Jäger jetzt teuer bezahlen. Denn neben dem Stadionverbot muss er noch 100 Euro Strafe drauflegen. Die Strafe wäre deutlich höher gewesen, doch angesichts des Alters senkte der niederländische Fußballverband die Strafe von 450 auf 100 Euro. Neben dem 13-Jährigen waren noch 15 weitere Personen aufs Feld gelaufen. Auch diese Fans wurden mit einer fünfjährigen Stadionsperre belegt. In seinem Podcast Einfach mal Luppen spricht Toni Kroos über Bundestrainer Hansi Flick und die Chance auf eine Rückkehr in die Nationalmannschaft. Der Real-Star bekräftigt, das Verhältnis zu Flick sei sehr gut und er könne jederzeit anrufen. Dennoch schließt Kroos ein Comeback aus. Ich hoffe, dass Hansi mit der Mannschaft so erfolgreich ist, dass er gar nicht erst auf die Idee kommen muss, mich wegen etwas Sportlichen anzurufen. Der Bundestrainer bedauerte schon bei Kroos Rücktritt die Entscheidung, kann die Beweggründe des 31-Jährigen aber verstehen. Er möchte sich in Zukunft mehr auf die Karriere bei Real Madrid konzentrieren und anderen dem Weg im DFB-Team freimachen. Mittelfeldspieler Kevin Kampel von RB Leipzig geht ehrgeizig in das Duell mit seinem Freund Marcel Sabitzer. Sabitzer wechselte vor kurzem von den Roten Bullen zum FC Bayern. In den 90 Minuten will jeder die Punkte für sein Team holen und danach sind wir wieder Kumpels, so der Slowene vor dem Heimspiel gegen die Bayern. Neben Sabitzer wechselten auch Abwehrspieler Dayo Opamecano und Trainer Julian Nagelsmann von den Leipzigern an die Säbener Straße. Alle drei kehren am Samstag beim Spitzenspiel zurück an die alte Wirkungsstätte. Ich hoffe nicht, dass man sie auspfeift, weil sie viel für den Verein getan haben, so Kampel gegenüber dem SID. Am 15. September erscheint eine exklusive Netflix-Dokumentation über die Formel-1-Legende Michael Schumacher. Bereits vorab wurden einige Szenen geleakt. Eine davon gibt Einblicke, was Michael Schumacher kurz vor den schrecklichen Ereignissen in den französischen Alpen zu seiner Frau Corinna gesagt hatte. Der Schnee ist nicht optimal, wir könnten ja nach Dubai fliegen. Kurz darauf hatte der mehrfache Formel-1-Weltmeister seinen schweren Skiunfall und erlitt trotz seines Helmes ein Schädel-Hirntrauma und schwebte in Lebensgefahr. Über den genauen Gesundheitszustand der Formel-1-Ikone ist weiter nichts bekannt. Wir leben zu Hause zusammen, wir therapieren, wir machen alles, damit es Michael besser geht und er unseren Familienzusammenhalt zu spüren bekommt, verrät Corinna Schumacher in der Doku.